Hallo Kinder ich grüße euch. Heute habe ich mal Lütjelager am Start. Hannovers Nationalgetränk und zwar einmal von Herrenhäuser, von Hannover und von Gilde. Bei Lütjelager handelt es sich um Schankbier mit 2,8% und das wird in einem ganz speziellen Trinkritual konsumiert. Da gehört auch noch anständiger Korn zu, aber wie das genau funktioniert, erfahrt ihr im nächsten Video. Bis dahin erstmal machts gut.